wenn man die Lieblingswaffe nicht holen, Mama. Es geht ja gar nicht. Gott, ist der Abend verrückt. Was ist mit diesem Spiel los? Ich hab keine Ahnung. Also, letztes Mal nicht, nein. Das waren so auch Bugs, aber nicht so. Wir hatten zwar kleine Probleme mit dem Black Screen quasi, wo einer nichts gesehen hat, das ist irgendwie zweimal, dreimal passiert, aber wir hatten nicht solche Bugs wie heute. Nein. Das Spiel will uns trollen. Ich glaube, das Spiel will uns zeigen, warum keiner mehr den Multiplayer spielt. Nicht wahrlicherweise hat es ja anscheinend jemand gespielt. Wir hatten heute zwei random Leute dabei. Ja, drei. Drei sogar. Einen hab ich noch nicht gesehen. Einmal Number One, das weiß ich, und dann Okami. Stimmt, drei, ja. Wir hatten heute drei Leute dabei, die das Spiel eigentlich nicht über uns kann. Ich hoffe, das liegt nicht daran, dass ich dazugekommen bin. Nee, glaub ich nicht. Nee, glaub ich nicht. Außer mir nur um dich. Das wär's. Um dich herum bricht das Chaos aus, nur weil du da bist. Nee, ich glaub, das liegt am Spiel. Ängste, Freunde, werden zu verbitterten Feinden, wenn du kommst. Vorher war das so nicht. Ach, ich find's nur schade, dass es bei Cannon Lynch 1 nicht geht. Da find ich die Karten um einiges besser noch. Okay. Ach, ich find den Flughafen cool. Ja, die haben schon was, aber der Donutladen war schon richtig cool. Der Donutladen? Ja, da gab's einen Donutladen, dann gab's noch einen, das war dann so eine Mall, so eine Shopping Mall, wo du dann angreifen konntest. Ja, da hofft sich, dass er aus einem Donutladen so viel Geld rauskriegt. Du hattest im Donutladen, war der Anfang, wo du reingekommen bist. Da fuhr dann auch der Wagen hinterher lang. Aber du musstest eigentlich so ein Verbrechen, also so eine Gangstergruppe quasi überraschen. Okay. Und ich nenne sie daher immer den Donutladen, weil da der große Donutladen stand. Und dann gab's noch eine Shopping Mall, wo man dann eben alles ausrauben konnte. Dann gab's noch, was ich sehr toll fand, so eine kubanische Tabakfarm, wo du dann eben gegen irgendwelche Drogenkartelle gekämpft hast. Das war auch ganz cool. Da musste man den Tabak noch selbst pflücken. Oder kolumbianisch kann auch gewesen sein. Da war das wahrscheinlich irgendwie sowas, dann Drogenkartell. Das war ziemlich cool. Also da waren schon richtig gute Karten, aber das geht leider mit dem Windows Live nicht. Nimmst du das wieder auf, oder? Ja, ja, keine Sorge. Okay. Jetzt müssen wir die Leute umbringen für das Geld. Wett? Oh Gott! Wett! Ich warte immer noch! Oh! Es geht weiter! Wie wird's gerade los? Laufendes Geld! Überlaufendes Geld! Schnappt euch das Geld! Es will weglaufen! So laufende Geldsäcke, das wird nicht schön. Überfallen wir gerade die Bankrolle? Ja. Mehr oder weniger. Köln. Also tun wir eigentlich das Richtige. Wir sind die Guten. Naja. Ja, wird das Geld wieder gespendet. Wir überrauben Leute, die uns geraubt haben. Also ich weiß nicht, ob es das wieder gut macht, aber... Ja, Minus plus minus... äh, Minus mal Minus plus oder nicht? Ja, sowieso. Wir sind die Guten, so. Dann kann ich dir ja gerne zweimal 220 Euro abnehmen, oder? Mensch, so ein Glück, dass wir die ganzen... Da hast du, dann hast du ja wieder 440. Genau. Hier ist ein Feuerlöscher. Hier. Nimm das! Da rennt der Macaron. Scheiße, wo hab ich den Feuerlöscher hingeworfen? Irgendwo da vorne. Ich seh den nicht mehr. Stimmt, der ist weg? Okay. Wir sind jetzt weg. Das ist halt Feuerlöscher. Ja, aber der verschwindet doch nicht einfach so. Der ist einmaliger Gebrauch. Hier vorne ist er. Achso. Ich dachte, man transportiert ihn, indem man ihn wirft. Nein, nein, das ist einmaliger Gebrauch. Achso. Aber hier... Bitte und bitte und bitte und... Ich hab keine Ahnung, aber ich muss mit einem echten schlechten Ping hier haben. Weil, ähm, es leckt wirklich alles. Sogar die, die, die Soldaten da. Hm. Aber dieses Mal geht's eigentlich. Das ist ganz komisch, dieses Mal. Kann man irgendwann... Das ist das letztes Mal? Ja. Kann man irgendwann den Punkt von den anderen überprüfen? Dass ich sehe, woran es wenigstens liegt? Ähm, glaub nicht. Wüsste ich nicht wie. Naja. Du spürst doch halt, damals gab es noch keinen Punkt. Das wurde noch nicht erfunden. Ja. Naja, geht schon. Ich würde mich nicht durchdachten, wie. Ja. Und wann ist das Spiel überhaupt? Ähm, das hier müsste 2011 sein. Oder... Oder weniger? Nein, das müsste... Moment. Das ist jetzt, glaub ich, sieben Jahre her. Meine ich. Wenn ich's richtig 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 habe. Dann war es 2008 oder 2009, als es rausgekommen ist. Okay. Dafür sehen die Charakter-Modelle eigentlich ziemlich gut aus. Ja. Okay, das geht. Ja, für die Zeit war es ganz gut. Ich hoffe ja immer noch, dass ein dritter Teil davon rauskommen soll, der dann einen vernünftigen Fragile Aliens drin hat. Das Spiel ist wirklich... Ich gefühl das gekroutet. Driver. Driver. Get in. No! Ja. Oh ja. Before you go, go. Oh! Genau. Oh ja. Oh ja! mit den Schuhen kommt sie mit rein Oh! Feuerlöscher! Da! Sekundenspäter Da sehen wir den eigentlichen Ping Ruf mal mir Smack-Rennen Ruf mal mir Smack-Rennen Der mir Smack-Rennen war auf der Map Wiedersehen, McRennen Der mir Smack-Rennen war auf der Map Ich kann nicht einsteigen Also bei mir bist du schon drin Ne, jetzt bist du da draußen Ja, bei mir war das einfach im Boden Wiedersehen, McRennen Ich hab schon neu Oh Gott, ist das doof Ne, ne, du bist drin Offiziell bist du drin Ja, dann kann ich dir draußen eine Scheiße bauen Ah, jetzt! Wie schön! Ist eure Interview so schlecht, oder was ist hier los? Ich hab keine Ahnung, was da los ist Sie sollte eigentlich nicht so schlecht sein Ich mein, wenn es Backworlds-Internet-Verbindung ab und zu schlecht ist, weiß ich Aber deine? Ja, das ist normalerweise nicht so Ich werd einfach nach der Runde nochmal mein gesamtes Internet neu starten Ja, ja Das geht ja nicht anders Ja, ja Mach doch mal, mach doch mal Mach doch mal Es ist merkwürdig Ich hab keine Ahnung, was da los ist Aber Technik ist ja generell was gegen mich Mh Müssen wir dich irgendwie abhalten, da in den Laster zu gehen, oder was? So ungefähr Nennen wir es abhalten Toll Ich hab jetzt, äh, sie Es ist Gefahrenbekämpfung Es ist nicht über den Haufen schießen, es ist Gefahrenbekämpfung Du hast gerade bei mir so Raman über den Haufen geschossen und gesagt, da war ja nur einer Was? Bei mir lebt auch alle Ja, auch, ich hab auf den Gumm geschossen Dann hab ich leider in die Zukunft geguckt Okay, ne, dann statt will der Name nur einfach woanders Weil, dann warst du einfach ein bisschen weiter hinten Ich hab das gerade mit dem gesehen Du wirst etwas Schreckliches sehen und niemand wird dir glauben Ja, ich glaub auch Ich kann da nicht hoch Okay Ich nimm dir mal die Deckung weg, ne? Jetzt ist Makarone durch meinen Schuss gelaufen Äh, Makarone Vorsichtig werfen Feuerlöscher Okay Nöscherflucht Nöscherflucht Jetzt ist er weg So, da waren wir Doppelte Feuerlöscher Ich hab so lange auf den Feuerlöscher gezielt, bis er weg war Das war wunderschön Ja Das war einfach wunderschön Und danach ist er explodiert Das hättest du sehen Als er weg war Von mir ist er erst dann erschienen Ach, wusstest du? Da liegt ein Feuerlöscher Boom Ah! Was scheiße ich mal in der Suche? Und? Wunderhund! Wunderhund! Wer ist jetzt Verräter? Äh, Scoreplace Scoreplace! Will ich dich nicht! Ah, da kommt wohl die Zeit Okay Die Versuchung war zu kommen Dann teilen wir uns das Aua! Hör mal! Lass mich doch in Ruhe Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Wann, da ist noch was? Lassst du nur so behindert oder backst du bei mir nicht die Gegend? Näh, ich such die ganze Zeit nach Geld Weil da immer das Ding kommt Aber ich seh da nix mehr Da kommt immer das Geräusch Aber ich hab da nix mehr gesehen von Also ich seh da auch nix mehr Das kann Geld mehr nö Waaah! Waaah! So Ähm Ist einer von den Ja! Macaron ist wiedergekommen Hör mal! Hör mal! Da oben Mach die mal! Wir haben noch eine Minute ungefähr Hör mal! Hör mal! Ich hab auch verdammt viele Polizisten hier das Problem Da oben Oh he? Meine Güte! Au, stirb! Aua! Hör mal! 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 Warum haben wir eigentlich immer Inder die uns die Befehle geben? Hör mal! Hör mal! Die arbeiten unentgeltlich Wie kann ich ihnen helfen? IT-Service Ja, wir brauchen unbedingt... Ah, Polizei! Den brauchen wir nicht! Okay, den haben wir Tote Polizei ist gute Polizei Jawoll Vor allem der tote Macaron ist ein guter Macaron Und da fährt es weg Und der Hülle kann ich rein Ich bin jetzt raus! Tschüss, Hidde! So lang, F***er! Fuck, oder war es zu spät? Ich war einfach nur zu spät dran Ach so Aber du hast auch Glück, jetzt kommt noch ein letzter Van Ohhhh Wurde ich von dem Van eigentlich auch mal überfahren? Ruhig auf! Ruhig auf! Ja, du wurdest auch mal vom Fluchtwagen überfahren Als du ihn verraten hattest, meine ich Das war bei der U-Bahn, bei der U-Bahn-Map Von dem Van wurde ich überfahren Ja Aber es war wahrscheinlich der gleiche Fahrer Von zwei Fahrzeugen in der U-Bahn überfahren Das muss er auch hinkriegen Ja, einmal vom Zug und einmal vom Van Ich hoffe, wir sind reich War nicht nett Schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt? So, also ich fühle gerade mit 2,6 Millionen Seht ihr das auch? Ja Immerhin Dann kommst du auch hier mit 2,4 Hidde mit 2,3 Und dann Scorpler mit 960 Macro mit 900 Wir haben also schon mal etwas Abstand aufgebaut Aufgebaut Ja Dann wird's ein Kampf zwischen euch beiden Quatsch Das criminal loyalty is based on how- Was? Hä? Das criminal style is based on the amount of loot stolen compared- Okay Da kam ein Text Achso, okay Aber dann weißt du jetzt schon mal, woher dein Krimineller rankommt Ja 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 Stärbt 1 Nummer 2 Dort, einen Banditen 2 Ähm Wir sind Banditen Oder rausgeschmissen Oh ne, der Macro ist raus Bei mir steht jetzt gerade Closing Ach man Wann Wann Wir sind hier los Wie viele Runden kommen da noch? Ist das die letzte? Steht das hier irgendwo? Ich glaub wir sind Ich weiß nicht, ob wir dritten oder vierten sind Normalerweise immer wenn wir die Runde starten Ich glaub wir sind jetzt in der dritten Runde Ja Dann machen wir's doch jetzt einfach so Wir spielen die Runde kurz zu Ende Und dann äh Sehen wir ja, wer gewonnen hat Und dann machen wir neu auf Du willst ja Ja Natürlich Wow, der tanzt aber gerne hier rum Der zivile Da 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 Ne, dann nutze ich nämlich Aua, gleich die Zeit nochmal das Internet neu zu machen Ich werde das neu erfinden Und äh Aua, 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 aua Mach das Internet neu Ach, die hauen alle da oben drüber ab Kein Wunder, dass ich hier alleine bin mit der Polizei. Weil du halt zu langsam bist. Oh, hier ist tot! Ich bin festgesteckt. Ah, Blöhrhund! Blöhrhund! Er ist tot. Helio, wie schwer ist das? Jetzt stirbt doch mal ne blöde Polizei! Wo war ich denn jetzt? Aua! Da ist noch einer. Wow! Die sind überall hier. Nicht überall. Wow! Ja, das ist schön. Was? Der Story! Ach, der lebt noch! Ja, ich lebe noch! Du warst doch gar nicht angegriffen worden! Was? Ich will dir jetzt sagen... Wir sind von zwei Seiten angegriffen! Nein! Nein, Hida! Du Arsch! Ich wollte dir jetzt sagen, nicht angegriffspakt, aber äh nein. Es war mein Dutys! Hätte sich eh keiner von uns beiden dran gehalten, glaube ich. Richtig! Ja, das war ich halt gemeint von hinten und von vorne gleich angegriffen zu werden! Ihr seid zu viele! Aua! Aua! Warte, Aua! Nein! Aua! Okay! Ja, damit hat Varam gewonnen! Neue Runde Neues Internet! Neue Runde Neues Internet, ganz genau! Und jeder hat sich ganz knapp vor mich geschlängelt! Jeder hat sich ganz knapp vor mich geschlängelt! So, okay! Oh ja, tatsächlich! Dann war es das von dieser Runde! Wow! Moment, Moment! Noch ein ganz kurz! Bei mir ist jetzt gerade... Ich bin jetzt ein Engel, aber gleichzeitig ein Psycho! Sehr schön! Psychotischer Engel! Ich bin Psycho-Engel! Ein Engel mit Komplexen!